UNIT POP! UNIT POP! UNIT POP! UNIT POP! UNIT POP! UNIT POP! Wir sind jetzt hier auf Tour. Wir sind seit einem Jahr auf Tour hier in Oberholm. Und es läuft relativ gut. Der King Box Autobahn hat einen schönen Stiermann auf die Latte draufgeballert. Schön die Schlitze. Und die Grubis stehen unten und die wollen abheizen. Die wollen abheizen, wie auf der Achterbahn. Ich meine, im Endeffekt bin ich eine Schiffschaukelbremse. Ich bin eine Schiffschaukelbremse. Ich gehe abends um auf die Cap, schieße nach Hause. Superjagg an! Und schon abgeraht. Jetzt war es ein echter Pippen. Musst du aufpassen, dass du das Fortschill legst. Dass du es vergabst. Wir haben eine Körle jetzt. Körle schon. Jetzt verstehst du sie? Körle. Hauptsache, die Putscher sind zufrieden. Wir mussten alle reinhalten. Wie der Mokker-Prinze, du musst offen sein für alles. Du kannst dich hier aber auch sagen, hallo. Ich bin der Karl-Heinz. Willst du dir vielleicht mal ein Getränk von mir trinken? Das kannst du nicht machen. Du musst hier immer sagen, ich bin in Ebel. Ich mache mir dein Gewicht, du! Das musst du machen, alle anderen. Stimmt schon? Hey! Na, die Munde! So ein Spaß hier! Ich habe hier die Brede hängen. Ich habe hier die Brille genommen. Es ist weggerannt. Ich habe gesagt, ich finde dich, du Scheiße! Ich habe gesagt, ich finde dich, du Scheiße! Ich habe gesagt, ich finde dich, du Scheiße! Ich bin jetzt weggerannt. Ich rufe dir nicht. Ich rufe dir nicht. Ich bin da raus. Es ist voll Scheiße! Halt einmal, du Spaß! Mein Brille ist voll! Mein Brille ist voll! Du hast acht, du! Nein! Hy SO! Ich rufe dir nicht! Sie ist voll! Aber die Futche sind ... Арme Fängeln! Es ist doch klar! Schlapp, schlapp, schlapp. Halbzins Weiter, halbzins weiter, halbzins weiter, halbzins! Habt ihr nach Braun? Echt zu leise! Habt ihr nach Braun? Geh mal! Geh mal! Weißt du, hier, Hoppe Holm. Ich war mir mal vor einem Jahr schon mal hier. Weißt du, ich mach. Hier, hier. Die Feldteams weitergegräbt werden. Die Finkerei muss weitergehen. Schleiferei, Schleifeblues. Hinten gegen Bock. Schön Abfall, Cola und Absolut. Wir gehen jetzt hoch. Wir gehen jetzt mal richtig schön beim Durchschnitt. Wir gehen jetzt mal durch den Format. Im Endeffekt, das ist scheiße. Weil die ganze, die große Scheiß. Oh nein! Aua! Aua! Hilfe! Hilfe! Ich hätte ihn gern gemacht. Ich wollte ihn machen. Aber die Buben, habe gesagt, die Futsche finden es nicht gut. Die waren so unsicher. Jaaaa! Wir machen das Wetter auch nicht mehr. Gerade ist eigentlich schlimm. Ich hab jetzt nur mehr gehofft. Und spiel mit Schau. Ich bin bei dem Schwalb. Ich bin durch die Straße. Ich bin heute durch Brücken. Ich bin durch die Kamera. Ich habea! Ich bin durch die Kamera. Hey du alte Stinkfut, guck dir an, die Camouflage-Bart! Du fokste Schleim, Scheiße ist da drin, wenn ich sie leck! Manchmal ein bisschen bitter, aber ich mag's, ich bin vermischt, bitte Code-Klumpe! Was soll ich bei der Stadt sagen, jetzt lass mal ausprobieren! Juni, du bist der Knüterfrau! Okay, ich hab' da welche gepügelst! Und die ganze Party-Kuhrer sind da drin! Wir machen heute die Reihe bereit. Zwei, drei, vier. Ich seh' die Steppshow, heut wird getrat. Fahr'n flieg weg durch den Club, zünd' den DJ an. Alle rufe morgen Prinz, die Bullis an, feier ist der Scheißegal, mit der Jäschemeister. Der Vogel, wie der Wild, mit Fickel zum Bild. Ich seh' die Neppel, Cray am Schafel und die Neppelmaschine. Auf die Tanzfläche gerollt, wo die Futscher sind. Ich mach' einen Bunker mit dem Schwalz in die Futscherin. Im Endeffekt brauch ich keinen Mikrofon. Ich nehm' einfach eine Kartoffel, schnitt's bisschen rum, mach's Membran drin und dann läuft die Geschichte. Und dann hab ich einen Live-Mikrofon. Und dann brauchst du dann nicht zurückzumachen. Der braucht einen Körper, der schwingt. Der muss schwingen! Schwingen muss er! Und eine gute Pumpe muss auch schwingen. Und eine gute Mikro-Kartoffel muss auch schwingen. Und das sind so die Sachen, die du lernen musst. Schwingen muss es schwingen. Schwingen muss es schwingen. Schwingen muss es schwingen. Schwingen! Schwingen! Zuwege! 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 Okay wir bitte! Heiliger Nippelfick! Leck mich am Arsch. Ich die Fotze mit das Verrede bisschen in den Himmel! Bisschen in den Himmel! Ich kann nicht mehr denken! Ich kann nicht mehr schießen! Ich ror alles kaputt! Bisschen in den Himmel! Schalke, Schalke! Liebe, Liebe! Schalke! Das muss nicht unbedingt sein. Aber man kann's machen. Man kann mal schön die Fütsche zeigen. Oh, da schreien sie schon. Die schreien, die sind heiß drauf. Die sind heiß, den Penis in die Fütsche gesteckt, zu bekommen, zu tun. Muss man mal machen. Man muss das auch mal gemacht haben, damit man weiß, wie das Gefühl ist. Und das Gefühl ist auch sehr gut, weil es ein sehr gutes Gefühl ist, es einen ausfüllt. Weil der Penis, der Mock Unit ist ein sehr guter Penis, der sehr groß ist und auch eine große Eichel hat. Die Eichel sieht grün aus, gelb und auch lila. Und ja, das ist es eigentlich schon. Die Leute, die kamen an, die haben gesagt, ey, du sprichst uns aus mit Eel. Du sprichst uns aus mit Eel. Du sprichst uns aus mit Eel. Die haben gesagt, ey, du bist das Leben, du bist das Leben. Ich fuhre den Leuten im Handel. Ich fuhre den Leuten im Handel. Ich fuhre den Leuten im Handel. Wir sind hier im Sprachrohr. Das ist wie im Oste. Das ist wie im Oste. Das ist wie im Oste. Wir sind hier für die Dörfer. Wir sind hier für die Dörfer. Wie im Oste. Äh, die, äh, die Nazis, äh, für die, äh, Leck mich doch. Das ist scheiße. Und wir sind geil. Das ist super. Wir kamen ab. Das geht kaum. Das geht viel. Das geht geil. Scheiße. Wie ist das? Wie ist das?